... zum Abschluss und so kommt dieser Treffer dann auch nicht sonderlich überraschend, Buschi. Nee, es überrascht mich eher, dass die anderen da nicht mehr entgegenzusetzen haben. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. ... der Ravek. ... Elio Nussi. Hertling. Da ist er da, guter Zweigampf, er hat den Ball. Er schießt und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Sie bleiben weiter am Ball, per Kopf abgelegen. Macht er ihn. Da ist er drin. Und das war er, der Lucky Punch. War das jetzt die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf, das müssten Sie doch jetzt packen. Und schauen Sie sich diese Jubelszenen an, die sich hier abspielen. Und das ist unglaublich. War das der Sieg? Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und der Sch... Super. Strobel. De Guzman. Macht er ihn. Und da klingelt es zum ersten Mal in diesem Spiel. Ja, so kennen wir ihn. Technisch einwandfrei und überlegt bringt er den Ball da im Kasten unter. Und lässt alles dabei so leicht aussehen. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Ballpogba ist zu Arsenal gewechselt und verlässt Juventus Turin. Da zieht er ab. Ganz knappes Ding. Unter die Latte. Und dann rein. Da hat er ein wenig Glück beim Abschluss, Buschi. Ja, an die Unterkante der Latte. Ein wenig höher und der springt wieder raus. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2.